Hallo ihr Lieben, ich bin's eure Jolie. Ich bin hier gerade auf dem Heimweg von Wien. Ich war jetzt zwei Tage in Wien und hatte mega Stress, denn wir planen gerade unser neues Video. Und das soll alles toppen und deswegen geben wir Vollgas. Ja, wir haben Make-up gemacht, wir haben Haare gemacht, wir haben Styling gemacht, wir haben das Fitting gehabt. Und ja, ich hoffe, dass das Video einfach mega geil wird und dass ihr alle glücklich damit seid. Ich will mich dafür entschuldigen, dass ich letzten Montag in Wiedetalgebuch hatte. Ihr habt auch ganz, ganz viele Beschwerdemails geschrieben und es tut mir sehr leid, aber wir haben jetzt schon so viel zu tun. Aber ich verspreche euch, dass es demnächst dafür umso öfter ganz viele Überraschungen von mir gibt. Falls ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche oder keine Ahnung, was auch immer habt, schreibt mir an jolie.westlachs.com. Ich werde alle Antworten, auch wenn es manchmal länger dauert, weil bei mir ist es auch so, wenn ich unterwegs bin, kann auch sein, dass ich dann zwei, drei Tage gar kein Internet habe. Und deswegen kann das alles ein bisschen dauern, aber ich schreibe euch allen zurück. Und ja, also nächste Woche wird das wieder sein und ich werde mich wahrscheinlich direkt zum Drehort auch mal melden mit irgendeiner Botschaft an euch. Ja, was ist noch zu sagen? Ja, ich bekomme heute wieder Extensions, da freue ich mich schon sehr drauf, denn jetzt habe ich die Zeit gar keine drinnen. Er hat meinen Haaren auf jeden Fall gut getan, aber ich brauche wieder meinen langen Haaren. Ich brauche meinen langen Haaren, ich vermisse sie schon so. Heute ist es soweit. Ja, ähm, ich freue mich jetzt, dass ich heimkomme, denn dann sehe ich meinen Roxy wieder. Heute habe ich jetzt wieder zwei Tage nicht gesehen und ich vermisse sie schon ganz, ganz hart. Ähm, ja, sobald es wieder irgendwas zu sagen, jetzt melde ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal, einen ganz dicken Gruß und liebe Grüße an euch alle. Tschüss.